Da ist ein Teddybär im Haus und ich wollte schon mal einen Teddybär haben. Wo ist mein Teddy? Ich rufe die Polizei. Hallo Polizei, Sie müssen mir helfen. Mein Teddy wurde gestohlen. Wegen so einer Sache kommen wir nicht. Verdammt, er hat mich gesehen. Ey du Limmel, ich kriege ich.